Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 19. Januar 2023 und unser DAX ist, naja, ist ja noch nicht richtig abgesprungen, das kann man nicht sagen, aber er hat auf jeden Fall den Schritt raus aus der Tür gemacht und befindet sich jetzt hier im Abtauchmodus und jetzt wird es zum Donnerstag natürlich unheimlich interessant, wie der sich denn schlägt, jetzt natürlich, wo die Erwartungshaltung natürlich auch groß ist, dass er fällt, er macht ja entweder richtig Randale und rennt so durch, dass die Leute allalong dagegen handeln, weil sie total überrumpelt sind davon, oder er stellt sich so kneten dämlich an, wie er das die ganzen letzten Tage schon getan hat und ich dachte uns hier einiges zur Seite, ich wollte euch bloß noch, bevor wir einen Tagesschau zu machen, das zeigen, der Tagesschau hat die Kerze nicht ganz perfekt, aber es ist die röteste Kerze, die wir wirklich seit, kann man sagen, die röteste Kerze, die wir im aktuellen Jahr zu bieten haben, ja, also der schwächste Handelstag des Jahres, ich glaube, so klingt das doch schon ansprechend genug und er hätte natürlich nun auch Potenzial hier noch weitere Tiefs nachzulegen, ohne Frage und das heißt alles, was unter, ich sag mal 15,1,30 nach unten geht, hat jetzt erstmal Platz nach unten, dann gehen wir mal eine Zeiteinhalb tiefer, gucken wir hier rein, dann sind wir noch immer in dem Abstoße aus der 2,70, 2,80 drin, ist auch vollkommen okay, ist fein, darf er auch und wir sehen, dass bereits hier das untere Stundenwand dann so kommt, im Bereich zwischen 15,85, 15,50, die Zone kennen wir noch, das ist die wichtige Zone der letzten Tage und wir sehen natürlich auch, dass wir hier eine Bewegung drin, eigentlich noch nicht wirklich ein tieferes Tief haben, ja, dann müsst ihr wirklich das noch unterbieten und ich könnte mir vorstellen, dass ihr es zum Donnerstag probiert, dass ihr hier rein sticht, 15,50, 15,85 einmal kurz rein sticht und dann muss ich halt zeigen, kommt von dort einfach nur fetter Wumms nach oben mit schöner grüner Stundenkerze, schön saftig, Volumen, also dass man wirklich sieht, da kommt jetzt Kohle rein, aus dem Bereich 15,50, 15,85 nach oben wäre das an sich Long Chance wieder in die Mitte zurück, wieder an die 15,150 ran und höher Richtung 15,200, 15,270, 15,280 und lässt er sich aber durchfallen, dann wird es langsam nämlich richtig interessant, weil dann kommt als nächstes hier die, was haben wir hier, 15,085, 15,050 haben wir gesagt, genau, dann kommt als nächstes die 14,950, 14,940 als nächstes und drunter haben wir dann definitiv schon eine Trendumkehr stehen, ja, also die hätten wir wahrscheinlich schon unter 15,50, ja, so dass man fast das hier ein bisschen hochziehen könnte, aber ich würde es mal hier unten stehen lassen, oder machen wir es so, machen wir es so, komm, wir machen es so, Mut zur Lücke, und im Moment, wo sich hier das Band wieder nach unten aufmacht, könnt ihr dann entsprechend eben auch Abtauchen, deswegen passt da drauf auf, dass ihr euch nicht vor den Karnen spannen lasst, hier, ne, der ist jetzt die ganze Zeit nur gestiegen, alle wollten ihn immer unten haben und jetzt, wo er dann anfängt zu fallen, sollten gerade diejenigen, die die ganze Zeit gegengeschortet haben, dann nicht plötzlich anfangen, hier einen Long nach dem anderen zu suchen, ja, also da muss man dolle, dolle aufpassen, da neigen aber ganz viele dazu, insbesondere wenn das oben dann durch so eine Seitwärtsphase, wie wir sie jetzt haben, doch ein bisschen länger gedauert hat und viele auch ihre Shorts eher jetzt ein paar Tage im Minus stehen hatten, die neigen dann schnell dazu, im kleinen Gewinn zu realisieren, auf die andere Seite zu wechseln, Long reinzugehen und plötzlich sitzt man 500 Punkte im Minus, ja, und das muss nicht sein, deswegen passt da ein bisschen auf, ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, dass es so leicht macht und hier wirklich durchfällt, ich würde fast tippen, dass wir 15.50 erstmal wieder nach oben ziehen, in die, keine Ahnung, 15.130, 15.150 rein, dann gegebenenfalls nochmal nach unten probieren und er auch am Freitag dann eben erst wirklich richtig abklappert und er zum Donnerstag einfach mal die Kanten poliert, ähm, ich würde mich aber eben nicht runden raus in den Weg stellen, ich würde aber eben auch, trotz bärischer Erwartungshaltung, wenn er sich gut zeigt und er presst hier grüne, fette Stundenkerzen rein, jetzt wo alle erwarten, dass es richtig nach unten knallt, ähm, dann, 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 dann muss da auch ein Mut da sein, Long zu probieren, ja, wenn er dann oben raus rennt, weil ich sag mal, wenn er aus so einer Situation heraus, dann volle Möhrer Überraschungsmomente auf der Oberseite entsteht, dann entstehen natürlich auch schöne Short Squeeze, ja, ähm, und, ähm, das hat natürlich einen schönen Reiz, deswegen, wie werde ich's handhaben? Ich gucke mir einfach an, ich gucke mir 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr an, dann ist er unter 15,1,30 und unter 15,1,50, wenn ja, dann rein in die 15,50, 15,85 handeln, ist er dort, macht er dort grüne Stundenkerze, gucke ich mir kurzfristig vielleicht sogar eher, aber kann ja dann auch was langfristiges draus werden, Long vielleicht sogar an, geht er unter 15,50 durch, ist aber nix mit Long und ohne, ohne grüne Stundenkerze schon gar nicht, also ich würde auf keinen Fall in die roten Kerzen Long rein aufbauen, ähm, geht er unter 15,50, würde ich mich darauf vorbereiten, dass wir vielleicht mal die 15,000 und die 14,49 dann ausprobieren, ja, und soweit meine Erwartungshaltung, und, ähm, wie gesagt, wenn er grün Stärke zeigt und hier wirklich gut performt, 15,1,50, 15,200, 15,2,70 und dann gehen oben auch die Ziele weiter, ja, also auch wenn das jetzt impulsant aussieht und nach Umkehr im Tagesschart mehr als riecht und ja auch so erwartet wurde, ähm, nicht gegen den Markt stellen, ja, im Zweifel dann Kopf runter und mit, aber es riecht wirklich gut, haben wir gestern schon gesagt, und es ist nicht schlechter geworden, es ist nicht schlechter geworden, es roch gestern nach Umkehr und jetzt haben wir sogar schon ein bisschen, ja, Schmackofatz dazu, also das sieht ganz hübsch aus. Gucken wir mal, was er draus macht, ähm, und wie gesagt, tradet mit Verstand, ich glaube, der Donnerstag kann ein bisschen psychisch herausfordernd werden, aber wer da sich von vornherein einen Tagesplan festlegt, der läuft schon mal nicht Gefahr, dass er hier böse überrascht wird und am Ende nur auf den Markt reagiert mit natürlich den falschen Trade-Entscheidungen. Das soll nicht so sein, deswegen macht euch ein paar Gedanken, setzt euch einen Plan fest und dann wird das bestimmt ein recht spaßiger Tag. Also, ich freue mich und wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann gucken wir, was er zu bieten hat. Bis morgen, tschüss!